im ready ich habe keine ahnung was wir machen müssen steht doch nichts drin wenn ich den controller nach unten drücke steht bei mir immer für kurze zeit was ich machen muss du bist 17 meter von mir entfernt ich komme einfach mal gleich zu dir mit uns besser koordinieren können ich kann auch zu dir kommen weil im moment ist ein bisschen in der sackgasse in eine richtung meiner meditiert noch na komm hör auf zu meditieren so ich komme dann mal bei dich oder komme in deine richtung hallo wir müssen die reliquie 133 meter in die richtung wo ich gerade kugel ok da konnte stehen schon zwei pass auf na wo willst du hin komm doch mal her ich will auch mann immer vor das engel wirst du den anderen wir gehen jetzt auch mit ja ich habe es gerade gesehen man kann übrigens doch rennen also der mit schrift bei mir achtung er bleibt stehen der sieht uns nicht wir müssen immer noch 131 meter rechts von mir ok das heißt hier ist hier ist hier ist hier ist so hier kommt der nächste wo bist du kommst du ach da hinten bist du na toll ich stecke im bambus fest meine ich alles gut alles gut ich versuche den einen hier zu erledigen irgendeiner muss den weg ja frei machen da kann ich mich ja hier nicht durch teleportieren das geht doch sonst immer ich versuche den weg hallo was ist denn oh nein nein oh nein ich bin so doof ach du bist auf dich allein gestellt mal wieder ich habe mir gehört wie man sagt schafft sich immer killen zu lassen ich wollte auch mal einen kunai kill haben habe aber nicht gesehen dass links von mir jemand stand der da mach ihn bring ihn um was hat er das denn jetzt gemacht warum muss ich dieser fettsack eigentlich genau in dem moment umdrehen allein aus dieser tatsache raus muss er jetzt schon getötet schon tot sein ja gut gut ist sie ja den hole ich mir aber gerade ich muss gerade mal kurz gucken ob ich meinen spiegelsound ein bisschen lauter machen können ein bisschen arg leise ich musste mich gerade verkrümeln tut mir leid oh nein warum tust du das warum tust du das ich habe doch gar nichts gemacht ja eben da bin ich ganz groß drin im nichts tun das kannst du nicht das schaffst du nicht lass das sein der hatte ich aber gleich also ja ja jetzt hast du ein problem jetzt hast du ein problem hinter dir jetzt kannst du ihn holen sehr gut der andere der war doch gerade noch hier ach da 2 2 sogar 3 2 rechts von dir sehr gut durch den Felsen ist kein Problem der hat gesagt rechts von dir ja jetzt gleich rechts von dir werft auch nochmal einen Wurfstern durch den Felsen durch ja fantastisch total realistisch das Spiel total realistisch ich habe genau die Lücke gefunden ich habe genau die Lücke gefunden ich habe es im Bogen geworfen ich habe es im Bogen geworfen ok ja wo laufen sie denn da links oder rechts links oder rechts der rechte soll es sein und der rechte wird es war es war es hallo ja komm komm hau ihn um yes jetzt rennst du da aber durch du meine Güte hake 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 und einen übersehen ach was wie viel hast du denn schon übersehen hake 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 Könntest wenigstens anstandshalber auf mich wachten. Ach komm, bist du hinter mir? Na sowas. Ja, immer noch. Ich muss immer diesen Bogen machen. Wo ist der fiese Möb da? Oh. Lade. Jetzt schon wieder kommen. Der rennt schon wieder irgendwo rein. Über sie ein und lässt sich killen. Abwarten. Kommst du auch mal? Ja, ja, ja. Ich passe ja auch auf, dass hier keiner mich... Guck mal wie er schleicht hier. Wie schön er hier schleicht. Ach, so voll Ninjamäßig. Wir sind Ninjas. Ach so, und... Oh, verdammt. Die Leiche wurde gefunden. Wie viele sind das denn jetzt? Oh Gott. Zu viele. Guck mal, da ist gesplattet hier auf dem Felsen. Voll der Leichenstapel, ey. Das ist gar kein Felsen. Komm, wir wälzen uns noch ein bisschen drin. Oh. Okay. Du bist ein bisschen, äh, ne? Ja, Spiele machen gewalttätig, das weißt du da. Ja, ne, ist klar. Oh. Was? Ich habe einen übersehen. Wo? Oh, oh. Ich habe einen übersehen. Hat einen Auftakt. Ich habe mich vor ihn gebeamt und er war schneller als ich. Das sind sogar zwei. Hä? Das sind sogar zwei. Du hast quasi so richtig Aufmerksamkeit erregt. Ja, wenn, dann muss es lohnen. Tja, was mache ich denn jetzt? Hm. Ich hätte jetzt voll Bock auf Chicken Wings. Das ist aber nicht japanisch. Na doch, wenn du so mit Stäbchen isst. Das ist doch wahr. Wieso kann ich hier jetzt keine Wurfstern nehmen? Weil du keine mehr hast. Ach so. Das macht Sinn. Und ich will endlich. Guck mal, der geht cheat. Der geht Eis laufen. Komm, wir gehen jetzt mal hier rein, so. Na, wachten wir auf den anderen. Na, komm her. Kommst du hier? Hier, fein. Hier, fein. Was, nein? Na, komm hier. Der fein ist Samurai. Ja, wo ist er denn? Nein. Das macht man Bruch da für eine Sekunde. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Oh. 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 Auf Boden. Yes. It's a body. Na, komm hier. Guck da mal genau nach. Ja, guck nach. Ist das richtig? Schattenlos durch die Nacht. na hallo wo willst du hin dreh dich um geh wieder zurück geh zurück du kannst dich dafür müsste ich doch die tasten alle kennen ich spiel mit tastatur ich habe keine ahnung was ich drücke ja ok viele mit einem kontrolle der sage und schreibe knöpfe und insgesamt hat weiß immer noch nicht worum es geht xy boxy ja so zu über zu wehren kennst du das motto mehr glück als verstand das habe ich gerade nein du sollst in den schatten gehen das war keine gute idee das war ein ding nein nicht ich muss weg ich muss weg ich muss ich muss weg na toll der steht voll im licht und so dass hier alles total unscharf ist und er rennt gegen die wand dreh dich jetzt nicht um nein das war ein fehler diese kleine rechte sack dieے das war ein перек das war ein geht Vielen Dank.